Musik 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 Alles klar Wenn ich ernsthaft wieder wegen einem Wegen einem Baumstamm muss ich hier raus Ohhhhh Mann ey So So ein Steinchen Wie sieht's aus mit der Sonne? Wir haben noch ein bisschen Ich snack mal was Ne W ist nach vorne Oh lol Ganz schön oft vor, dass immer so zwei Bomben nebeneinander stehen Ja Aber es wird dunkel, es sind noch so Werden noch so Knapp zwei Minuten sein In denen es noch hell bleibt Müssen wir mal gucken, wie wir das machen Jedenfall Komm, schlag durch Ich fang schon halt bei dem anderen mit an Den haben wir jetzt durch Ohhhh Ohhhh Was ist bei dir los? Ja Oh Junge Das hätte schief gehen können Fast vom Baum erwischt, Alter Keine Versicherung Wenn ich den Baum erwischt hätte, dann wäre ich am Arsch erwischt So So Interaktion mit den Kannibalen fehlen auch noch ein bisschen Das wäre auch voll cool Wenn es dann so von denen verschiedene Lager gehen würde Gibt's zwar Aber manche dir gut gesinnt wären Die dir dann helfen würden, wenn böse Kannibalen kommen Ach, ich kann hier einen Sticks aufnehmen Okay, also dich nehme ich jetzt einfach mal mit Hier, zwei Bäume Das muss jetzt reichen Ja Biss vor der Haustür fahren bei mir So, nehmen wir erstmal den einen mit Ja, das reicht ja An dir zwei Ohhhh Mann, ey Wieso denn Den Stein nehme ich mit Zack Achso, der ist voll Okay Nee, reicht nicht ganz Wie groß sind die Simples? Der ist da oben Das wäre jetzt mein Plan gewesen, dass ich die da drauf setze Äh, ja So, bis der ist So, ungefähr Moment, Moment Wir schaffen das Oder da rein So wär eigentlich perfekt So wär perfekt Würde ich sagen So, die Formstimme haben wir auch noch Das kann man gleich fertig machen In den Forrest muss man so Muss man einfach ein bisschen schummeln Biss doof, wieso hab ich denn den jetzt mitgenommen Ja, okay, springen Aber ich komm drüber, ich komm rüber Ich komm rüber Und das ist, ich kann hier auch nicht dazwischen fallen Aber ich muss hier springen, ne Naja, aber Springen oder nicht springen ist eigentlich egal, ne Jetzt muss ich hier nur dicht machen Ich muss hier dicht machen Vor Kannibalen Also hier muss ich echt Zwei Mauern ziehen Dass die Hier eben nicht durchkommen Dass die das dann hier so angreifen können Das planen wir mal eben Hoppala Wie sieht das aus? Das ist jetzt hier durch, okay Nein, egal Ist ja egal Das ist ja nicht so schlimm Jetzt brauchen wir einmal Defensive oder bauen wir sowas? Defensive Spikes Mal gucken Ich baue jetzt mal Ne Oder? Ne Wir bauen die Fences Spikes Hier hin Bauen wir hier hin Und dann bauen wir noch eine Mauer hier ran Aber ich meine Ihr habt es ja gesehen, was so beim letzten Mal mal ankam Bauen wir mal hier rein Das war schon heftig, muss ich sagen Es war heftig Naja Geht doch ein bisschen anstrengend Naja So Das dürfte gehen Stein nehme ich mit Komm mal nicht lang Das ist hier Kleiner Stein Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Ach, guck mal da an Da liegt Ach, ich komme nicht durch, oder? Doch Gut Noch ein Stein Ach, alleine wie viele Steine schon bei mir in der Base liegen, ja? Neun brauchen diese Spikes Alles klar Also 8 plus 5 sind 13 Da müssen wir ein paar mal gehen Können wir schon schlafen Kackvogel Sorry I'm so sorry Ich habe keine Sticks dabei, ne? Ja Ich brauche 4 Sticks 1, 2, 3, 4 Feuer anmachen Feuer anmachen Dunkel hier Diese Tree-Sepp-Lampen, die machen nicht wirklich viel Oh, jojoj Guck mal, snacken wir uns ein paar Bären zum Abend Das ist immer used Das können wir da auch nehmen Bitte fire to get dry So gut wie fast jede Mauer haben die angegriffen Das ist voll krass Es hat auch gehört zu regnen Ey, da war doch noch was Ach ne, kann ich eine Tür einbauen Boah, geil Der Sound war eben cool Vom Feuer Der Bone Cop, wie das aussieht Ähm Können wir schlafen? Ja Alles klar Speichern erstmal Bööö, nein! Wieso denn? Hauptsache erstmal ins Feuer rennen Mensch, das war ja wieder richtig Stress am frühen Morgen Wieso? Wieso? Erstmal was essen Lecker, lecker, lecker Schlückchen trinken Wieso haben wir nicht mal ganz viel Rüstung verbraucht Schon wieder Steine Das ist doch unglaublich in diesem Spiel Wie viele Steine es gibt Wo ist meine Axt hin? War doch grad noch da Okay, das bauen wir jetzt Ähm Ich glaub das ist ganz gut Und dann bauen wir hier auch noch einmal So ne Spikes und so ne Mauer hin Dann ist das hier hoffentlich Safe Schon wieder! Da! Was soll ich verarschen? Wehrt sogar einen Stein ab Krasseste Kassette ever Fast wie Nokia Nokia kannst du auch alles machen Es geht einfach nicht kaputt Ah, jetzt hab ich den scheiß Lockschlitten vergessen Ist echt unglaublich Ich glaub das wird heute nicht mein Tag in the Forest Erst lauf ich ins Feuer Dann vergesse ich meinen Arbeitsmaterialien sozusagen Das wird ab Was für Beeren sind hier? Was sind das für welche? Sind das orange? Äh die sind schwarze Die müssen wir einsammeln Einmal weggucken Und wieder hingucken Dach jetzt hier Rein machen In den Beutel machen Ich möchte sie nicht essen Ich möchte sie einsammeln Ja Genau Trimberries Collected Fünf Stück Sehr schön Alles klar Ähm Ja ne Stickies Brauchen wir immer Komm Komm Was ist denn mit meiner Haut los, Alter? Oder kommt das von ner Rüstung oder irgendwie sowas? Bin ich dreckig, Alter? Oh Gott sei Dank fällt noch in die Richtung Baumstamm Baumstamm kommt mir nicht zu nah Oh Ja Jawohl Oh hier Blümen, 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 Blümen! Mit Äh B-L-Ü-M-A-N So wie Batman Blümen Haha Äh Blümen So ich glaub das reicht erstmal Na komm her Na komm her Bären was sind das für welche? Ah das sind auch schwarze Das ist ja geil Ähm Die holen wir uns auch gleich wieder So rein in den Beutel Rein in den Beutel Rein in den Beutel Wie viele haben wir? Acht Stück Cool Ach man kriegt immer nur einen Das ist ja doof So Fahren wir mal ein Stück in die Richtung hier Wir holen uns noch die anderen Zack Zack Stein Nice So holen wir uns die nächsten Was hab ich eigentlich an Triceps wieder? 16 ist das ja schon Na komm her Na komm her Na komm her Oh Fertig Scheiße ich komm hier durch Na das ist vielleicht gar nicht so schlecht Die Kanibalen sind dafür zu doof Die kommen da nicht durch Nie im Leben Außerdem ist ja deine Mauer dahinter Achso scheiße ich müsste vielleicht bei der anderen anfangen Ach egal Und die nächsten Bäume Ey I can't carry any more rocks Ich bin wieder voll hier Meine Güte Okay Ich muss erst wieder die Ladung abliefern Na sticky so Ist hier wieder die Kassette? Ja hier ist sie wieder Da hängt sie Das ist Komisch Das ist eine zauberbare Kassette Ein Dings Ein Stein Wir nehmen jeden mit dem wir kriegen können Ich muss mal da ein bisschen die Lichtung hier machen Ich muss die ganze Sache mal hier etwas lichter machen Wir dürfen jetzt nur nicht auf die ähm Plattformen drauf fallen Die neue Hier Alles klar Nächster Raum Okay voll in die Plattform reingefallen Aber Gott sei Dank nichts passiert Super Kurz Ausdauer regenerieren Let's go Für mich teilweise fühle ich mich echt ein bisschen wie Tine Wittler Wenn ich hier die ganze Zeit am Bauen bin und Verschönern Das macht es zwar für mich und nicht für andere Leute Aber es ist trotzdem komisch Ich habe auch Energie hier oder so oder Machen wir hier gleich mal die ganzen Bäume weg Ich brauche eh keine Sau Endure Der 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 Den Der Der Der